Hallo Leute, ich zeige euch jetzt, wie ihr eine Power Red Rail oder elektrische Schiene craftet. Dazu platziert ihr hier 3 Gold und dort 3 Gold. Also ihr braucht insgesamt 6 Gold. Ihr könnt ja wahrscheinlich schon alle zählen. In der Mitte einen Stick und unten einen Redstone. Dann bekommt ihr 6 Stück davon und die platziert ihr einfach. Wenn kein Strom reingeht, wirken die als Bremse und wenn jetzt hier noch eine Redstone Torte daneben baut, dann ist das ein Booster. Das war's. Bitte abonnieren, kommentieren und bewerten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.